Mein Name ist R. Hallo. Äh, nein, dein Name ist nicht R, der heißt Fronnie. Aber egal. Äh, mein Name ist... Äh, also ich. Und von unserer Seite heiße ich mal... Äh, J. Zusammen sind wir R und J. Ja, heute waren ja die Umzüge... Äh, noch die letzten Umzüge hier am Kreis. Wir waren heute bei dem Umzug in Schmelz. Von dem seht ihr auch gleich noch einen Abschnitt, einen kleinen Abschnitt in dem Ende des Videos. Genauso wie ich euch in dieses Video jetzt hier noch einen Abschnitt von den Nachtexpressen und Lundkirchen von uns reingebracht habe und halt eben noch vom Bischfelder Tagsumzug noch einen Abschnitt reingemacht habe. Äh, gib dir eine Warnung durch, falls wir mir abgleichen müssen. Es kann sein, dass es jeden Moment hier dunkel wird, weil draußen ist... zieht sich einen kleinen Sturm auf. Wir können grad mal kurz raus. Alter! Ich kann euch mal kurz mit rausholen. Jetzt zeig ich euch mal grad draußen. Warn, zeig mir gleich die Glitze. Mach mal...mach mal Licht aus. Und seht ihr mal hier... Hier... Ihr selber draußen... Bleibt mal ein paar Minuten. Draußen tobt der Sturm. Der Thomas. Der Sturm Thomas hier, da seht ihr schon wie der Wind geht hier. Der Brust, der fährt grad vorbei. Und ja hier, siehste, da ist das Gewitter. Das habt ihr mit, ne? Ja, und von daher, wie gesagt, ich packe euch... da insgleich... Kannst du das Licht wieder anmachen? Werden unten das Licht an? Keine Ahnung, Sturm oder so? Auf jeden Fall, wir rechnen damit, dass wir gleich in die Feuerwehr können oder so. Und dass wir dann ausrücken können. Und ja... Wie gesagt, ich packe euch am Ende des Videos den Zusammenschnitt von den 3 kleinen Umzügen da mit ein. Und dann... Sehen wir weiter. Wenn euch dieses Video hier jetzt gefallen hat oder gefällt, der Umzug dann Daumen hoch, liken, abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und im Anschluss kommt dann noch ein Video hoch, heute. Und da spielen wir... Sondern nur... Wer bin ich mit Zahlen und Sachen? Also schaut gleich wieder rein. Also gegen eine Gegenstände oder eine Drei-Zahl-Arraten. Tschau-sen. Mausen. Kleiner Ausblick vom Lönkircher Nachtexpress. Und ja... Hallo, hier sind wir bei R&J beim Büchfeld-Unzug. Beim Fahrtumzug in Büchfeld. Da seht ihr noch mal ein paar... Finger. Mausen von hinten. Da ist... Im Rückspiel ist immer hinten dran hier. Weiter geht's. Wir sind jetzt hier beim Rosenmutter zum Zug in Schmelz. Ein kleiner Ausschnitt. Hiervon wird auch... Zugebüht. Vor uns ist der Grunzenwagen. Von HKD. Und ja... Hinter uns ist auch nervisches Treiben. Da geht's. Und 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 da geht's. Momentan befinden wir uns auch in Schmelz auf dem Berg. Und da geht's. Und da geht's.